Wir sind am Tag vor Heiligabend und ein besonderes Jahr geht eigentlich langsam dem Ende zu. Ein Jahr, das anders war als die letzten Jahre, die wir erlebt haben, ein Jahr, wo wir auf vieles verzichten mussten, aber auch ein Jahr, wo wir verstanden haben, dass eigentlich das normale Leben, das wir haben, ein besonderes Glück ist, hier in dieser Stadt und in diesem Land zu leben. Und ich wünsche Ihnen, liebe Boznerinnen und Bozner, in diesen Tagen der Weihnacht. Zeit für sich, Zeit für Ihre Lieben, Zeit für Ihre Familie, Zeit für gute Gespräche im engsten Kreis. Und vor allem wünsche ich Ihnen, dass Sie gesund bleiben über Weihnachten, über das neue Jahr hinaus im Jahr 2021. Ich wünsche Ihnen für das nächste Jahr viel Gutes und wir hoffen alle, dass es wieder ein normaleres Jahr wird und dass wir all das, was wir bisher so geschätzt haben, wieder erleben und leben können. Alles, alles Gute, frohe und gesegnete Weihnachten.